Und da hinten ist der Urechi, dem mittlerweile beide Augen entfernt wurden. Ich freue mich sehr, dass er gerade noch eine von den Kaustangen ergattern konnte, da er sehr gut zurecht jetzt, blind wie er nun ist. Da werfe ich jetzt mal noch eine hin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020